In Niederösterreich, immerhin, die beiden Tore des SKN vorbereitet hat. Taylor Booth, der Bayern-Leihspieler, hat sich gute. Ljubicic, Booth und Kofi Schulz. Wieder TT und dann Taylor Booth! St. Pölten! Jetzt Patz und Dacca mit der Chance und die macht er! Dacca, nicht geteilt, auch nicht Berischer. Auch Thursch braucht zu lange, um die Situation zu klären. Und aus dem Chaos heraus gibt es wieder den Konter für St. Pölten. Und Taylor Booth nimmt Anlauf für sein zweites Tor. Und wieder Taylor Booth. Wöber vor Schmid. TT, Ljubicic. Krippert zu spät. Auf den Einfall des Kollegen reagiert. Freistoßentscheidung. Briegler Pocorny. Tempo von Kofi Schulz. Gewagt von Taylor Booth. Aber gut. Pocorny. Der gefühlt immer weiß, was in seinem Rücken passiert. Files. Attackieren verlangt Christoph Riegler von seinen Vordermännern. TT und Ramagliot. Und dann Platz für Taylor Booth. Ljubicic. Spät aber doch. Blauensteiner im Zusammenspiel mit Bouff, mit Tite. Duell der US-Amerikaner, Bouff mit dem Ballgewinn gegen Aronson. Der in der Folge aber den Zweikampf gewinnt, wieder Bouff mit Blauensteiner. Ljubicic zu Möglichkeiten kommen. Immer weniger im Jahr 2021, dieser Klöpfung vor der Pause. Könnte man darüber nachdenken. Aber der Spielstand eng, nach wie vor. Nur die 2-1-Führung für Salzburg. Das ist eben drückend für LTT. Steinwender. Gute Spieleröffnung über Bouff. Und... Ja, Bouff spielt weiter. Nächster Zweikampf.